Der flexible Grundriss des Einfamilienhauses überzeugt mit einer separat erschlossenen Einlegerwohnung mit Raum für generationsübergreifendes Wohnen. An das Haupthaus wurde ein Anbau angedockt, in dem im Erdgeschoss eine Einlegerwohnung eingeplant wurde. Rund 43 Quadratmeter mit einem offenen Wohnbereich, ein Schlafzimmer und ein kleines Badzimmer mit Dusche. Aktuell wohnt dort die älteste Tochter der Baufamilie. Eine Kombination aus einem Einfamilienhaus mit Walmdach und einem Flachdachanbau, in dem die Einlegerwohnung eingeplant wurde. Lang die Strecke zeigt sich die Wohnung mit einem offenen Wohnbereich, Schlafzimmer, einem kleinen Badzimmer mit Dusche und einer eigenen Terrasse. Auf rund 39 Quadratmeter fühlt sich die Futter der Bauplanung sehr gut. Das vom Musterhaus Köln inspiriert der repräsentative Haus, vereint Wohnen und Arbeiten und ist aufgrund einer Einlegerwohnung auch im Hinblick auf mögliche Veränderungen der Lebenssituationen zukunftsfähig. Die Einlegerwohnung ist mit einer Wohnküche und zwei Schlafzimmern ausgestattet. Sie lässt sich über einen kleinen Flur hinter dem Haupteingang des Hauses je nach Bedarf mit einem eigentlichen Wohnbereich verbinden oder als eigenständige Wohnung nutzen. Untertitelung des ZDF, 2020